Aron in drei, zwei, eins und bitte. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen bei Aron Albert. Frau Peschke, können Sie mal jetzt helfen, bitte. Lass mich doch mal hier. So, ich übergebe das. Ist das extra dein? Das ist extra hier und gerne ein Stück. Der hat auch gar keine Ahnung, der weiß auch gar nicht, was er machen muss. Ja. Ich bin mal ein Lidschatten. Der schickt das auch, aber wenn Holzbücher ist, ist das so gut. Und hier sind Aron und Paul. Ich kümmere mich heute um die Bildmischung. Wir haben ja verschiedene Kamerasignale, also drei Kameras. Und da werde ich quasi, je nachdem, wie Aron sich im Studio bewegt, die Kameras schneiden. Aron, würdest du diese Schminkanwendung auch gerne so ins private Leben übertragen? Wie lange stehst du hier schon? Ja. Warum? Ja. Jetzt, Alter, ich bin voll erschrocken. Auf einmal packen wir eben ins Gesicht. Was ist denn hier? Moin Jan, ich mache mich hier gerade am Schreibtisch so ein bisschen bereit und werde hier ausgebildet, um deinen Platz irgendwann einzunehmen. Und ich denke, ich lasse dir genug Zeit, gar keinen Streis. Erstmal ein paar Ausbildungsjahre bei Herrn Rolf. Hallo, der ist willkommen. Schön, dich hier zu haben und setz dich. Was ist jetzt hier falsch gelaufen? Der Teleprompter ist nicht da gestartet, wo er starten sollte. Genau, deswegen, das probieren wir jetzt nochmal. Und ob das jetzt besser läuft. So, Strohbohr an. Ja, meine Damen und Herren, hier finden Sie garantiert alles drin, aber keine Pizzen. Wie bist du so mit der Leistung deines Teams zufrieden? Sehr zufrieden. Das läuft gut. Das wird großartig. Kribbelkreis. Ja. Das ist schön. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media